Was ist der Grund der Motion? Die Bürger können durch das Unterschreiben der Initiativen, Referenden, partizipieren, mitsprechen, aber die Nicht-Schweizer-Bürger können das nicht. Im Bernd leben 25 Prozent von den Einwohnern sind Migranten, ohne Schweizer-Pass. Also, dann wollten wir ihnen eine Stimme geben, ja. Es freut mich sehr, also vorher wurde gesagt, sei die Mutter, ja genau. Und wenn das Kind dann anfängt zu laufen, und ich würde das so symbolisieren, ist es eine gute Sache. Das heißt, die Menschen hier im Schweizer-Pass haben etwas zu sagen und möchten etwas beitragen. Und dafür war das Instrument gedacht.